Gleich hier bei RTL extra unter anderem mit diesen Themen. Letzte Hoffnung Pfandhaus. Die schöne Kette, die teure Uhr. Alles wird vor dem Fest noch schnell zu Geld gemacht. Ich habe ja versucht vielleicht 50 Euro zu kriegen, aber gesagt mehr wie 30 geht leider nicht. Warum gerade jetzt die Pfandhäuser Hochkonjunktur haben. Und lebensgefährliches Geschäft mit 200 rücksichtslos durch die Innenstadt, gefilmt auf Video. Die Raser mit diesen Unfallbildern, das schnelle Geld machen, das alles und noch viel mehr gleich hier bei extra.